Also ich habe eine LAR jetzt dabei, könntest du mir ein schönes Sniperplätzchen vielleicht übrig lassen. Ja hier hast du wohl kaum Sniperplätzchen, weil von oben hast du die weiße Halle davor. Wieso denn? Da ist doch überall freie Fläche. Ja legst du dich auf freie Feld hin? Ja warum nicht, 700, 800 Meter entfernt und dann gib ihm. Ja 700, 800 Meter entfernt hast du aber dann wieder so eine scheiß, sag schon, Hügel drin, weil das geht ja ein bisschen hoch von unten. Dann lege ich mich halt irgendwo da beim Hügel hin. Ja ich finde schon Plätzchen. Ich hatte nämlich auch schon geguckt und da ist das einzige hier eigentlich, wo du freier Blick drauf hast. So schräg durch. Ena müsste direkt da, wo steht Gewerbegebiet Mitte, müsste da noch Ena hin. Weil Adler ist ja da vorne. Müsste Ena direkt da hin, wo Gewerbegebiet Mitte steht. Dann hätten wir die praktisch im Dreieck umzingelt. Ich check jetzt noch kurz Gewerbegebiet. Dann. Ne, warte mal so aus. Ich bin hier mal dazwischen. Ja wir sagen ja Bescheid, wenn jemand hier bei uns ankommt. Ach komm, leck doch. Hast du jetzt wieder irgendwo gegen gefahren. Deswegen fahr ich mit dem nie so gerne mit, ey. Wenn du vorne ankommst, bist du tot. Das ist ja auch voll. Ohne Schmarrn. Das ist nur, weil ich mich jetzt so hetze. Hetze. Weil sie zu schwarzlich. Wenn man genau wüsste, dass die Ost fahren, hätte ich mich auch auf so'n Solaratrum hingelegt. Ich höre was. Ich hab was gehört. Mehr Wasserrichtung oder mehr Land? Ich kann sie hier unten. Ist ein komischer Ton mit dem Hedgeback irgendwie. Wo permanent auf einer Drehzahl hängen. Jetzt ist es weg. Ich höre hier noch nischt. Finger, du stellst ein Auto so, dass wir das nicht sehen, ne? Die fahren Ost. Die fahren Ost. Ich sehe einen. Ja, alles klar. Wo hast du die Karre? Äh. Die kommen wir hoch, sag ich. Also die fahren zu mir, oder? Ost. Ja, die fahren Ost. Hat der Adler eine Karre hier? Ne, ne? Ne. Und ich habe auch nicht mehr viel Sprit. Bis Ost müssen wir noch kommen. Bis Ost müssen wir noch. Ja, da können wir dann eh gerade das sagen. Kommt mal runter, getanzt. Billy, kommt zu mir hingelaufen. Zum Ölhändler. Ich bin auf. Ich bin auf Weg. 20 Minuten am Rennen. Vorsicht, wenn du jetzt in den Berg hoch kommst, wir sind direkt hier. Ey, hier, rechts von dir. Bin drin. Ich bin drin. Ein bisschen mehr, Thompson. Ne. Wartel mal versteckt. Wartel mich auf der Karte so aus, als wärst du ein Meer. Ja, du kannst nachher mal schauen. Also da, wo ich jetzt was reinmache, Gruppenchat, da kannst du mich absetzen. Ich bin da bitte umgezogen, ich bin da nicht zu fahren. Da hin. Okay. 2 km. Oh, die kommen schon. Warte, gehört? Ja, wir haben es gehört. 1,3 km nach. 1,3 km. Fuck, 6,5 km. Schaff ich so. Fahr doch quer über den Flugplatz. Hab ich vor, aber da wär ich schon durchgekommen. Hier kommst du auch durch, zack. Stoff. Aber wenn du jetzt in der Richtung anfährst, dann kann ich auch beim Turm aussteigen. Okay. Oder in der Nähe vom Turm und die Sprinter dann bloß hoch. Hab ja genug Krepul. Ja, das ist abgeschlossen. Gut, lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Ja, Leute, ihr müsst doch die Ansage machen können, ne? Ja, na, ich geh aber hoch als Sniper. Ich mach doch keine Ansage. Achso, ich muss hier fahren. No, 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 sorry. Ja, ich lass mich nicht, ich spring drüben ab, wenn du hinfährst. Wo haben denn die? Die sind am Trailer. Okay, ich fahr direkt hier. Beziehungsweise geh ich nicht in den Turm, ich geh hier auf die kleine Anhöhe, die hier ist. Ich hab ein D hingemacht. Ja, wir sehen sie eh schon. Wow, da hat einer geschossen. Ja, der hat geschossen. Sorry, Jungs. Das ist dieser Überfall. Mach die Hände über den Kopf. Willi muss uns aber Bescheid sagen, ne? Sofort. Da muss jemanden sicken, der wo die Hände nicht über den Kopf hat. Dann wird er sofort erschossen. Ich hab ja gesagt, keiner flüchtet. Alle Hände über den Kopf. Drei. Zwei. 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 Lass mich so am besten an. Die schießt. Die schießen zurück. Achtung, Milli, kommt einer, kommt einer. Bin tot. Hab einen von denen erwischt. Ich seh keinen, ja. Der läuft beim Fahrzeug. Ja, wenn der hinten durchkommt, kriech ich ihn. Vor allem bei meiner Leiche. Ich hab schon geschossen bei deiner Leiche, kommt doch nicht lang. Der kann bloß zur anderen Seite. Laufst du da irgendwo irgendwo? Ne, ne, da rennt einer von denen und ich lauf langsam, er rennt schnell. Da ist noch jemand? Ja, der mit der PDW ist tot. Jo, schöner Schuss. Ist noch jemand? Ja, da ist noch. Ich höre noch Steff. Der läuft hinterm LKW. Der läuft hinterm LKW. Da wo ich den ersten noch schossen hab. Aber über den zwei LKWs. Da hinter, oder? Direkt hinterm LKW. Da wo hinter dem ersten Hemet, der wo Richtung Flugfeld ist. PN laufen. Den seh ich leider nicht ein. Ich hab die anderen zwei. Da müsstest du Position verschirmen. Ja, ich renne jetzt hier außen rum. Der läuft die ganze Zeit hin und her. Jetzt läuft er nach hinten. Richtung Trader. Kommt er wieder vor. Ich segne ihn ja nicht, ich heiße nur. Der ist irgendwo praktisch auf der Traderseite hinter die LKWs. Ja, ich schleich mich ran. Ich seh ihn gleich. Jetzt kommt er wieder vor zu meiner Leiche. Jetzt kommt er wieder vor zu meiner Leiche. Ich seh ihn. Ich hab ihn gesehen. Der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Ja. Der haut aber nur was Gleins. Ja, der trifft mich aber. Ist da auch, Nabi. Okay. Dann Eis sammeln. Funktion. Ja, ich probier's lieber nicht. Bleib du mal los am Bär und dann irgendwo das machen. Und bleib du am Turm um. Genau. Und Info schau mir dann, dass du meine Katiba noch nimmst. Dann spawne ich nämlich in 30 Sekunden. Ich gucke, wo du liegst. Ich nehme deine Katiba-Drucksack. Direkt, direkt da vor dir. Wir haben alle nur so kleine Waffen. Äh, wie kann ich denn jetzt deine aufnehmen, ohne dass meine wegpackt? Warte, ich mach alle. Ich mach das Fahrzeug rein. Kannst du das? Der ist eine Wärmen, das ist ja falsch. Wo liegt denn der Willi? Ja, da, da liege ich. Direkt vor dir. In dem Busch. Hinterm Busch. Da, ja. Ich hol den Bullfarm mal ein bisschen weiter ran. Du hast bei mir nur ne Wärmen. Nein, das ist der Gegner. Ich hab nicht hinterm Busch von dir aus gesehen. Hinterm Busch. Ja, nur noch zwei Meter weiter vorne irgendwo. Ein Meter. Ich geh. Ja, noch ein Stückchen. Da, ja. Ich hab meine weggepackt. Ich gucke in deiner Waffe. Ne Wärmen. Ja, ich sehe bloß ne Wärmen und den Tauwahn. Okay, dann ist's weggepackt. Dann ist er vielleicht drüber gelaufen. Dann kümmert's euch um den Rest. Lasst's mir in Ruhe. Ich respawn einfach. Guck mal, ob ich die Koffer nehmen kann. Oh, ja. Benzin-Kanister. Na, T-Dock spawn, dann VLC. Ja, wegen den D-Dringen auch aufheben und so. Das wäre nicht verkehrt, glaube ich. Ich hab Hatchback, wenn du mich nicht verhörtert. Bei dir liegt aber kein Koffer. Deine Leiche ist weg und dein Koffer liegt hier nicht. 600.000 habe ich aufgenommen. Ich hab 275.000 gerade aufgenommen. Ich setz schon mal an zum Knacken. Jo. Irgendwer stupft mich hier an. 1,72 Mille. 1,072 Mille. Ja, dann haben die schon fleißig verkauft, wa? Wird schon gar nicht mehr drin sein. Kommt drauf auch, was gehabt haben. Ob es Benzin oder... Ja, die haben Kerosin. Benzin wird nicht so viel geben. Kerosin. Was machen die mit einer Tour? 1,3 oder sowas? Ja, ja. Da müsste... Jo. Dürfen auf jeden Fall nicht mehr herkommen, die Typen. Ja, aber das wissen die, glaube ich, ja. Irgendwer stupft mich auf jeden Fall die ganze Zeit an. Ja, los. Ignorier's einfach. Ja. Widriges abgebrochen. Ich bin auch ganz komisch verreckt. Der ist vorgekommen, ich hab schon auf ihn geschossen und dann, ja. Ja, ich bin zu schnell gerannt, um den Typen, wo der vorkam, gleich wegzunatzen. Deswegen muss ich mich... Ich hab einen Korner, von dem die Tente über den Kopf gemacht können. Nee. Ja, das ist eigentlich unser Glück. Jetzt können wir alles... ...wieder abgebrochen. Hab ich eigentlich auch geblieben? Nee, ich hab keine Güte. Diese Scheiße. Da lege ich auch dort in meinem Stück, Kurt. Ja, hier ist aber nichts, was wir noch aufheben können. Ich bin eh gleich da. Ich bin eh gleich da. Speedy quatscht mit dir oben die ganze Zeit. Die fragt dauernd irgendwas. Hast du noch mal was aufgekommen? Die 11,7 Mille habe ich insgesamt. Der liegt noch bald. Das versuche ich mal auch zu looten. Der Offroader, wo er jetzt kommt, bin eh. Hopp. Oh, ganz schöner Jump hier. Ja, Vorsicht. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Oben sitzt einer im Support. Wie heißt du? Der möchte gerne den Major Habsburg sprechen. Wie heißt denn der? Äh... BB... Irgendwas. Exakt. Können wir das in drei oder vier Minuten verschirmen? Ja, wir können die Hand gerade in der Aktion laufen. Achso, Entschuldigung. Nein, nein. Ist kein Stress weg. Ich komm dann einfach mit hoch, oder? Und dann schiebst du uns rein. Ja, komm dann einfach nach oben. Ich ziehe euch dann. Alles klar. Okay, bis gleich. Danke. Jupp. User locked your channel. BB ist was von mir. Vielleicht ist der da dabei. Also es ist mein letzter Titrich jetzt, ne? Wenn der wieder abbricht, hab ich nicht meine Eneka rauf. Oh ja. Abgebrochen. Es gibt's ja nicht, dass wir die... Da müssen wahrscheinlich in dem Koffer liegen, da. Können wir mir noch irgendwo was her kriegen? Ja. Ganz schnell. Hast du noch welche? Äh, ne, aber ich... Ich laufe jetzt runter. Er kann schnell welche holen, ja. Die haben ja bloß noch 10 Minuten. Ich kann schnell das Hero Gang Verstecker einnehmen. Ja, dann mach das. Ich gucke mal hier. Ob ich das irgendwie aufgehoben kriege hier das Zeug. Aber sieht schlecht aus. Weiß ich dem Fall. Ich fahre wieder drüber. Ich kann ja das schon aufheben. Die Wasserflasche hier unter dem Autolag kann ich aufheben, ja nicht. Schau mal, schau mal, ob du das Gerät bei dem Fall aufnehmen kannst. Wo ist denn der? Da hinten. Ja, da. Wo schaust? Haben wir jetzt noch Dietrich hier? Nein, haben wir nicht. Ich bin mit der Sportlimmer da. Sportlimmer? Du bist die Sportlimmer. Ich bin die Sportlimmer und ich fahre jetzt ein Gang Versteck, okay? Und hole Dietrich hier. Jo. Ich fahre, wer schneller dort ist. Also ich hab nichts. Na schaffe nicht. Also ich kann das Geld nicht aufheben, ja. Kannste knicken. 10 Minuten. Ich kann das Geld nicht aufheben. Ja, probiert es einfach weiter und... Vier LKWs voll, hä. Hat niemals nur 1,7 Millionen. Ist der... Wer ist denn als erstes verreckt? Der, glaube ich. Aber er hat natürlich auch gleich mit dir konstant Feuer aufheuert. Wie haben wir uns gegen... Der hat ausgeschaut, als wir wieder ins Fahrzeug einsteigen. Weil, keine Ahnung. Vielleicht hab mich ja ein anderer erschossen. Ich weiß nicht mehr, ob ich... Ob mich der erschossen hab, wo ich erschossen hab. Ne, ich glaube, ihr habt euch gegenseitig gekillt. Ich kann den Koffer nicht aufheben. Ich hab auf jeden Fall... Ich hab auf jeden Fall Rekord. Jaja, ich hab auch was aufgenommen. Okay. Du könntest wahrscheinlich früher da sein. Ja, ich hab aber gesagt, die Fahr, gell. Jaja. Ich war grad direkt hinter dir, hab aber auf jeden Fall... Wie viel hast denn du aufgesammelt? 200. Ich hab da noch was tausend. Okay, das ist wirklich nicht viel. Dann haben wir jetzt... 276.000. Haben wir zwei Mille, oder? Ja. Das ist aber noch nicht das, was wir wollten. Das ist genau zwei Mille. Das ist aber nicht das, was vier... Helmet-Tanken rausgeben. Ne. Die sind nicht fertig geworden. Scheiße, dass wir nicht genug Dietrich haben. Ja, ich hätte halt acht gehabt, weißt? Ja, aber deins konnten wir nicht mehr aufheben. Ja, ich weiß schon. Der Wichser ist ja, wenn wir mal Waffen drüber gelaufen, der Hundesohn. Ich wohne jetzt nur, dass bei dir ne Wärme in die ganze Zeit drin war. Kann doch mal gucken, ob hier im Busch irgendwas ist, was er mir nicht anzeigt. Genau, das ist doch was bayerisch, Thompson. Ne, hier ist nicht mehr hart zu knicken. Ja. Ich höre mal schnell Bier, solange ich einnehme. Ne, die knischt mir im Busch. Scheiße. Ja, das gibt's doch nicht. Die Karre ist ja unnormal, ey. Ah, so geht's mir in letzter Zeit übelst oft. Ja, ich hab bloß noch einen Bolzenschneider. Keine Dietrich hier, scheiße. Oh, kann man die Tür aufzwingen. Ey, sonst hab ich jedes Mal mindestens zwölf Bolzenschneider. Jetzt hab ich bloß fünf eingesteckt. Bolzenschneider? Ähm. Biedriche. Biedriche, mein ich doch. Kannst du gleich kaufen gehen, oder? Jaja, das wollte ich. Beziehungsweise du kommst dann rein, weil ich kann... Also ich kann ja... Ihr müsst euch auf jeden Fall beeilen. Geh rein, ich hab schon 17... Wir haben bloß noch, Thompson. Wie viel? Lauf, 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 10% noch noch. Nimmst du gleich 20 oder so mit? Nein, verdammt, jetzt heil ich mich erst mal selber. Ich kann das Geld haben von mir auch, ja. Viel? Das geht toll. Aber wieso hat der der... Ohne Ankleidung an? Ach, keine Ahnung. Ach, ich hab keinen Rucksack nicht, natürlich, gell? Nee, hast du nicht, nee. Du bist jetzt da, warum kann ich da nix machen? Hab ich jetzt abbrochen, oder was? LOL! Oh, nee! Nee! Ich war schon auf 100%. Dann können wir was knicken, dann schaffen wir's nicht mehr. Ah ja, das sind Minuten noch. Jetzt, jetzt haben wir... Ja, jetzt hab's... Wir versuchen... Ja, versucht es, ja. Ah, können wir vergessen. Mann, jetzt hab ich's schon wieder abbrochen mit dem... Nee, 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 wir sind noch gut, wir sind noch... Mit der Sportlimo bin ich gleich hinten. Ja, wenn dann jeder noch Titriche hat, dann könnten wir's schaffen, ja. Dass jeder in Wagen versucht, aufzuknacken, oder? Ja. Wo lagen das meiste Geld? Wisst man nicht, oder? Ich würd' sagen, der, der am weitesten... Ich würd' die hintersten knacken, weil die müssen ja eigentlich am... Als letztes gekommen sein. Aber die haben nicht so weit zum Verkauf gehabt. Ja, die haben's kürzer gehabt. Also ich würd' den nehmen, den ich hier schon versucht hab, aufzuknacken. Den ganz vorne, ja. Aber der wollt, glaub ich, einsteigen. Wie viel Prozent? Das ist 80. Mann, Mann, Mann. Ich kotzt das jetzt grad wieder an, dass ich keine Titriche mit hab. Hm. Wir haben noch sechs Minuten. Ja, die schaffen wir schon. Aber, aber die Schüsse waren gut. Ist da nicht klar, was sie angefangen haben? Äh, ich hab nix gehört. Auf meiner... Was ist denn da, Fahrer mit? Doch, doch, da hinten ist ein Offroad... Ne, ein SUV. Ja, SUV. Ich seh' da aber keinen. Ich würd' sagen, da sitzt sogar einer drin. Versteck mich grad hinter der Bullen-Karren. Kommst du mir grad hinter der Bullen-Karren? Hast du mir mitnehmen können? Ist das vielleicht einer von dir? Kann mit deinem eigenen Fahrzeug, okay? Kann sein, muss aber nicht sein. Sag mal, wieso kann ich mich jetzt selber eigentlich nicht... Ach so, ich hab ja 82%, deswegen kann ich mich nicht verarzen. Ja, wie kommen wir jetzt, ihr 20 Dietriche? Ja. Ich hab auch 25 dabei. Fünf... Fünf Minuten habt ihr noch, kommt. Ja, ja. Du lässt uns nicht, sonst bauen wir noch nen Unfall. Versteht ihr das? Wir haben ja Repair-Kits. Noch ne Sportlimo von hinten? Wir handen ja nicht so weit. Wir handen ja mein Gang-Versteck. Sportlimo? Ja, ich hör's. Geht ihr in Deckung? Sind die ausgerüstet oder nicht? Kann ich nicht sehen, ich hör sie bloß. Ne, die haben keine Ausrüstung. Nee, das ist Ena bloß. Wenn einer zum LKW läuft, wird er erschossen. Ja, die dürfen sowieso nicht mehr zurückkommen, von daher. Ja, aber die könnten neilsteigen und wegfahren. Das ist jetzt für uns Kacke. Dann schieß ich sowieso. Ist halt bloß Ena. Ich glaub, die wollen bloß schauen, so auf Nummer sicher, von wegen, ähm... dass wir die Karni verchoppschoppen. Na, ich hab den SUV auf jeden Fall im Blick. Weil die schauen... Ja, kommt wieder Sportlimo? Das bin ich, das bin ich. Gut, alles klar. Dann sofort die Dings verteilen, die Türchen. Oh, fuck, na, fuck. Ja, dann bleibt er stehen da. Bleib, bleib stehen! Ja! Ja! T.W.D. Run is the Walking Dead. Ja! New life regelt. Ja, danke! Ja! 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 Den vorderen hier mach ich gerade, ne? Den ganz vorne, ja. Ja, aber halte den SUV im Blick. Ja, ja, den hab ich so leicht im Blick da drüben. Abgebrochen! Ja! Ja! Abgebrochen! Ja! 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 Abgebrochen. Ja, ich hab gar keine Wunde mehr. Ich hab noch die Magazine weggepackt. Ein Magazin hab ich noch. Also ärgerlich, dass sie nicht weggelaufen sind. Ich hab so gerne mal die Regeln eingeschossen. Das gibt's aber gar nicht. Du bist ja total gefragt. Ähm, hab du noch was denn? Ja, verkauf du wieder. Einfach blöd verkaufen. Was hast du drin, Thompson? Äh, 118, KM7. Ja, dann gib mir, dann verkaufe mit. Dann scheiße ich auf meins knacken. Gib mir einen Schlüssel. Verkauft ja, bitte. Hardlager, ne? Vergess, das sinkt nicht, ne? 58. Knack den zweiten, okay, das schaffst du, oder? Nein, 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 ich hab keinen Rucksack mit, Thompson. Verkaufen. Verkaufen. Komm, gib mir jetzt die Schlüssel von dieser Scheißkarriere. Verkauf du auch mit, scheiß drauf. Komm, ich hab so viel Geld. Olli verkaufen. Er war auch gar nicht schief, ey? Ja, Thompson, verteil schnell. Hilf du auch mit. Olli verkaufen jetzt. Ich kann nicht drauf zugreifen. Ja, der kommt da hergeran. Der eine müssen, wir müssen den. Ich schande, wir in einer Minute neu. Ja. Wir können noch zwei mehr verkaufen, dann müssen wir sinken. Loll, der verkauft auch mit. Na so, das bist du. Ich hab gesinkt schon mal. Wolle ich noch einmal? Einmal geht noch. War noch irgendwas in der Bullenkarre drin von euch? Nee, ne? Ich hab auch mal gesinkt. 1,9 Mille. Nee, jetzt Server down. Ja. Bei mir auf der Stelle. Ja. Fuck. Das wäre so viel Kohle gewesen. Ja, wir hatten bloß leider... Wir müssen uns mal angewünschen.